Schauen Sie mich an. Hat sich irgendwas verändert? Bin ich nicht nach wie vor die Martha Bissmann, Diplom-Ingenieurin, Umwelt-Expertin, Nationalratsabgeordnete, freie, emanzipierte, feministische, konfessionslose Frau, der festen Überzeugung, dass jeder Mensch frei und recht und würde geboren ist? Ich hatte in den letzten Monaten die große Ehre, viele großartige muslimische Frauen kennenzulernen, die Sie strafen wollen, darunter Ärztinnen, Physikerinnen, Lehrerinnen, Arbeiterinnen, Angestellte, Mütter, Töchter. Sie sind so erfolgreich, so engagiert, denn ein Kopftuch hindert niemanden daran, Karriere zu machen. Gehen wir doch mal mit den muslimischen Frauen anstatt immer über Sie. Wir können auch viel von den muslimischen Frauen lernen. Werte wie Toleranz, Hilfsbereitschaft, Solidarität, Gemeinsinn.